Aus den Botschaften der Freude Liebe Freundin, lieber Freund, Du musst Dich nicht anstrengen, um Dich wohlzufühlen. Du kannst Dich entspannen und einfach so wohlfühlen. Ohne irgendein Extra. Es ist genug Wohlfühlenergie im Universum, auch und gerade für Dich. Stimme Dich in diese Kraft ein und genieße sie. Feiere sie und sei dankbar, dass Du existierst.